Willkommen liebe Freunde, ich bin Kribbanger und heute mit ein ganz frisches Video, was unsere GTA selber betrifft, liebe Freunde, Neuigkeiten sind drauf, eigentlich funktioniert alles wie geplant und gedacht, liebe Freunde, ich zeige mal schnell was, ja Freunde, was haben wir immer gesagt, was wir brauchen, unbedingt, damit es besser ist, anstatt immer sozusagen, ja, die Space zu schicken und so weiter, natürlich ein neues Telefon, meine Damen und Herren, man kann auch natürlich telefonieren, das gab niemand da von der Polizei, aber man kann telefonieren, man kann auch natürlich unter die Einstellungen, den Telefon auf Deutsch machen, unter Sprache, man kann auch natürlich, ne, Telefontyp, auswählen, Transplate, iPhone X oder Samsung S8, Intergrundbild, kann man auch wechseln, sag ich euch, damals ist wieder zwei Waffen, dann haben wir noch einmal, ähm, das hier, und natürlich das, was ich trage, was mir am Beispiel jetzt gefällt, ist das hier, Destiny, liebe Freunde, man kann mit der Falltaste es bedienen, was man dann braucht, unter Kontakte steht da auch eigene Telefonnummer, oder wo war das, ähm, eigentlich unter Einstellungen, glaube ich, genau, unter Einstellungen steht eigene Telefonnummer, da kamen auch dann die Leute dann auch reinmachen, meiner Tor Twitter, bin ja auch voll geil, und, meine liebe Freunde, was ganz schön ist auch noch dazu, zeige ich euch, gehen wir mal schon in die Sonne, man geht einfach hinten, also ob das bei den Eddon Autos geht, weiß ich nicht, aber das Standardauto geht es ja, einfach L drucken, wie Loser, und da kommt es, schaut euch unten rechts, meine liebe Freunde, man kann jetzt auf den Kofferraum des Fahrzeugs zugreifen, das wäre der deposit, einfach Enter, nehmen wir zum Beispiel 20 Bandage, oder machen wir 10 rein, dann einfach nur die obere Knopf bei Enter, die Lösch-Taste, und dann geht es jetzt Kofferraum wieder zu, machen wir da auf, und jetzt kann man entweder Bandage rausholen, die wollen wir 10 Bandage wieder zurück, und da wieder die obere Knopf, und, so, easy ist das Runde geworden, so, easy ist das geworden, wir können natürlich auch, machen wir was, kurz was, schön, Beckner, TrackensierEND dude, hat hier noch den Balken bei mir da, natürlich, konntet die Fahrzeuge nicht viel tragen, das ist ja wohl klar, Aber Wenn ihr zum Beispiel der LKW beim Öl Nehmt oder das von Chicken oder von Öl Oder für Wolle Egal wo was für eine Arbeit Ihr könnt ein Fahrzeug mieten für 2000 Dollar und ihr könnt so Viel da rein stopfen, ich zeig's euch schnell Was man Dann alles so rein stopfen kann Weil ich hab das noch hier Das war gut, dass man 1500 2000, 2000 Beim Fahrzeug nur 500 Aber da kann man richtig viel reinballern Also LKW werden sich Jetzt richtig lohnen, meine Damen und Herren Also Ihr kommt nur mit eurem privates Fahrzeug Zur Arbeit fahren oder wenn Taxifahrer da ist, euch zu Arbeitsgeber umkuschieren Und dann mit den LKW Mods Kohle machen Also Sie sagen Coole Annahme ist da Telefon funktioniert Einfach mit F1 Falltaste bewegen Mit Enter konnte ich benutzen Ihr habt ja auch natürlich Anderes Funktionen, liebe Freunde Was sind da Kamerabörse natürlich Kamau gucken Uh, Google Microsoft, Amazon Ja Also wie gesagt Ihr konntet so vieles machen Fotos Also Selfies Oder Da konnte ich es auch Wahrscheinlich auch Das Bild benutzen Eine Darknet Neunjags Also Das ist eine Telefon Nicht darf Freunde Jetzt wieder kommen Aber auch funktioniert Die Garagen Also die neue Wie bei der andere Server Funktionieren die auch Aber Bringt es mir gerade nicht Die neue Garage reinzubringen Freunde Für 2-3 Leute Ist es dann Irgendwie langweilig Die Jobs Die Jobs haben auch getestet Mundschein Zigarre Und so weiter Die funktionieren Alle Liebe Freunde Alles funktioniert Wie geplant Noch nicht drin Weil Es bringt gar nichts Wenn wir alles reinballern 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 Das ganze Mühe Arbeit und Stress Für nichts und wieder nichts Von dem her Wir haben sie heute noch getestet Mit unser lieber André Haben sie funktioniert Haben sie wieder rausgebracht Wir haben nur das mit dem Kofferraum Weil es sehr sehr wichtig ist Wichtiges Geld zu machen Und das mit dem Telefon behalten Das sind die neue Schöne Nachrichten Hier meine liebe Freunde Also Es läuft Es läuft Es läuft Der Zerber läuft flüssig Mittlerweile Keine Beschwerde Oder Probleme Von Zerber Ausding Sind bei mir reingekommen Das war sehr sehr gut ist Liebe Freunde Nur den Zinem Meine liebe Freunde Ich wünsche euch viel Spaß Auf dem Zerber Ihr seid ätzelt Willkommen